Musik Hiho, hier sind wir wieder an der Oberfläche. Ja, Peter, guck nach oben. Haha, und er trifft sich bestimmt. Schade, ich hätte erwartet, er trifft sich. Das hättest du dir gewünscht. Das hättest du mir gewünscht, aber sowas von. Lass es sein, lass es sein, lass es sein. Ja, wir haben ja die schöne Wolle gefunden und haben uns jetzt entschlossen, nachdem da unten einfach nichts mehr zu finden war, was außergewöhnlich ist, wieder nach oben zu wackeln, äh, dackeln, wackeln, dackeln. Und laufen jetzt mal in Richtung dieses Spawn-Portal-Diggens, das irgendwo bei dem großen Berg war und gehen wieder nach Richtung Portal. Äh, Quatsch, nein, Richtung Monument. Richtung Monument. Laufen wir eigentlich in die richtige Richtung? Ich glaube, es geht zum Wasser in die Richtung. Ehrlich? Äh, nee. Nee. Und dort werden wir endlich mal die Wolle aktivieren und auch die anderen beiden... Nein, 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 warte, 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 warte. Das ist eine Halbinsel, nicht vergessen. Die ist von Wasser umgeben. Ich glaube, wir sind schon richtig. Wir müssen schon irgendwo in die Richtung. Ich kann ja mal eben den... Äh, West. West. Ja, wir sind richtig. Okay. Okay. Ganz schön, was ist los hier so nachts? Ob die alle Spaß haben? Sicher. Feiern hier Barbecue. Ja. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Hallo? Äh, was? Das ist, glaube ich... Taj Mahal? Ja. Shit. Da wollten wir jetzt aber nicht hin. Ein bisschen falsch abgebogen. Ein bisschen falsch abgebogen. Ähm. Ja. Was machen wir jetzt? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist das Problem. Puh. Ähm. Tja. Hm. Lassen wir es. Wir lassen das mal. Genau. Wir lassen das mal. Wir wissen aber, dass es hier ist. Und guck mal, was hier... Hier sind super viele Gärten. Kann das sein? Oder was soll das hier sein? Außer, dass hier ein paar Creeper rumrennen. Das sieht interessant aus. Da habe ich einfach nur einen Weg. Ja, ich glaube es auch. Hier rum. So, warte mal. Ich muss mal hier ein bisschen Luft finden. Also, das ist der Taj Mahal ist da. Dann müssen wir in die Richtung. Da ist das Wasser wieder. Ähm. Wir müssen da hin. Wo bist du? Ah, da. Okay. Wir müssen da hin. Ich muss essen. Okay. Ja, lass es doch explodieren. Hallo. Hallo. Ja. Nicht schlecht. Gibt Punkte. So. Muss auch mal essen. Boah. Okay. Was ist denn das schon wieder für eine Erhöhung da? Hm. Keine Ahnung. Okay. Ich sehe immer noch das Taj Mahal. Oh. Creeper, hau ab. Danke für den Schwung. Hm. Da ist schon wieder ein Dorf. Ich glaube, ist das... Das ist das Dorf von eben. Verdammt nochmal. Dann müssen wir... Ich glaube, ich bin die falsche Richtung. Ja, mal. Warte jetzt. Moment. Also, da hinten... Da hinten ist das Taj Mahal. So. Und wir müssen in Richtung... Westen. Aber mehr so in Richtung Nordwesten. Also dorthin. Laufen wir mal am Wasser entlang. Moment. Ich komme kurz wieder zu dir. Hey! Nicht aufgeregt sein! Ja, du! Wieso? Ja. Ach Gott, scheiß Creeper. Lass mich in Ruhe. Die Sonne geht gleich auf. Ah! Das ist schon wieder das Taj Mahal. Leck mich jetzt am Arsch mit dem Schuss. Taj Mahal. Ja, ich will nicht. Okay. Hier ist... beleuchtet. Ah, das sind diese... Lava Pools. Okay, spinnen. Ja, hier ist dieses Ding, wo wir drin waren. Alles klar. Ich sehe es schon. Dieses, ähm... Ach Mensch, wie heißt das nochmal? Tempel? Du siehst es gleich. Ja, ich sehe es schon. Genau, Tempel. Wow, Party. Party! Na, Party People. Lasst euch nicht stören. So. Gut. Ah, die Aufnahme der... laufenden... Hör auf, dein Zeug über den hinzuschmeißen. Wir brauchen einen Müll-Aimer. Ja. Für mich. Genau. So, das ist genau der Tempel. Tempel. Und jetzt ist die Frage, war das jetzt... Moment. Vorher oder hinterher? Lustiger Baum. Ah. Ein Apfelbaum, aber lustig. Bitte was? The Punished One ist hier. Wer ist eh denn? Hä? Tantalist. Ist aber nix drin. Den kriegst du bestimmt nicht kaputt, ne? Ach komm. Aua. Ja, du läufst mir ja ins Dings rein. Gibt der irgendwas? Interessanterweise, ich höre aber irgendwo hier Geklapper. Das ist ja der. Da, schon wieder. Ehrlich? Ja, das ist ja der. Aber er hat doch keinen Bogen. Ja, und? Braucht doch keinen. Ich glaub, den kriegen wir nicht kaputt. Das ist ein normales Glitzer. Ja, ich glaub, den kriegen wir aber nicht kaputt. Ich glaub, der ist da irgendwie verreckt. So, war das jetzt davor oder war das dahinter? Dahinter, würde ich sagen. Hm. Hier steht ne Kuh rum. Unglaublich. Viele Kühe. Ich töte die mal. Ja, klar. Essen. Bacon. Ja. Ich hab keinen Platz mehr. Von daher. Hey, hey, hey. Oh, Leder. Oh, nicht schlecht. Hey, da steht ein Schaf. Ich finde dieses Ding nicht. Hm. Ich seh's auch nicht. Aber es war in der Nähe, ne? Es war in Sichtweite. Ja, das auch, das auch. Aber es war in Sichtweite hier von diesem Teil, oder? Ja. Oder war das mehr in Sichtweite von was anderem? Von dem anderen Teil. Anderem Monument. Hm. Nö, hier ist wirklich nix. Nope. Hm, 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 hm. Okay, hier ist der Eingang. Hier ist der Vordereingang. Okay, da hinten ist dieses normale Set Spawn-Ding. Ja. Okay, dann muss es hier gewesen sein. Hier raus, ne? Weil du sagtest, es ist... Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ja, weiter. Ja, hast du deine Sichtweite erhöht? Ja, zehn Chancen. Gut. Das ist ein Plus von zwei. Das, ja, aber ist immer noch besser als, äh, gar nix sehen. Ja, und wenn dann, wenn wir dann wieder beim Monument sind, muss ich wieder auf acht schalten, ansonsten... Ja, gut. In der Wüste ist halt nicht vieler. Nee, da passiert nicht so viel. Okay, dann hüpf mal. Boah, ich hasse das. Schon wieder dunkel hier. Ich muss eh was essen. Von daher. Egal. Ich renne schon mal zum Monument. Ach so, was war? Ja, wir spawnen direkt beim Spawn. Deswegen, natürlich weiß ich's. Also bei diesem Bald. Okay. Ich meinte ja nur die Richtung. Ja. Gut. Klar. So. Und Peter war ja schon so frei und war ja schon mal beim Monument, als er ja tot war. Mal kurz. Das war aber außerhalb der Aufnahmen. Ja. Ja, Peter war ein bisschen hot. Ihm war kalt, ihm war kalt und er dachte sich, so ein kleines Bad in einem Lava-Pool wirkt Wunder. Ja. Hat es auch. Wieso ist mein Fußpilz jetzt weg? Genau, der ist nämlich weggebrannt. Ja, und er hat auch gleich ein paar Sachen entdeckt, die wir hier neu haben. Oh no. Was? Nein, ist doch okay. Nein, wir haben jetzt hier Essen und Essen. Alle Versionen von Essen und noch mehr Essen. Und wenn wir Papier brauchen und hast du nicht gesehen, es ist alles da. Gut. Ja. Ich habe hier irgendwo eine Kiste mal hingestellt. Hier. Du kannst dich ja erinnern, dass in der, das sage ich jetzt für unsere Zuschauer, in der letzten Aufnahmengeschichte, also vor 14 Tagen, das Problem war, dass wir ja in einem Tempel keine Belohnung bekommen haben. Und da hat sich herausgestellt, das haben wir beide unabhängig voneinander festgestellt, dass es einen Bug in der Redstone-Leitung wohl gab und man gar nicht an diesen Stein kam. Ja. Und das Einzige, was möglich war, um da ranzukommen, war tatsächlich außerhalb des Spiels im Creative Modus ein bisschen zu schummeln und zu suchen, wo ist denn das Teil. Ja, und dann findet man es auch. Findet auch diesen Generator, der das Teil letztendlich, hast du schon hingepackt? Ach, du hast ja Feuerwerk. Und dort findet man diesen, diesen, das Teil, wo quasi die Inhalt der Box austauscht, der Kiste, und dort sind dann auch die Steine drin. Das war Temple of Artemis, ne? Ja. Ja, okay, dann nehmen wir einfach mal ein Temple of Artemis. Dann haben wir diese Hanging Gardens. Das war ja das Zweite. Gott, jetzt habe ich gerade ein Kloß. Und ich habe ja noch eine Wolle. Das heißt, ich werde mal ganz kurz hier ein bisschen Platz machen. Sollen wir mit der Wolle anfangen? Ja. Die ist da drüben. Willst du? Willst du? Die ist auf der Seite. Ah, gelb, gelb. Willst du? Du kannst auch. Ja, ich kann machen. Wenn du möchtest, hier. Da. Bitteschön. Hey. Oh. Ey, ey, ey. Kiste. Kiste. Oh. Huh. Ninja Potion. Die scheint irgendwie, äh... Beliebt. Beliebt zu sein. Genau. So, jetzt kann man den Restwolle wegtun. Und, äh, weil Peter sowieso schon so frei war, komm her, ähm, hier und... Ah, nein, die Kerzen nicht, die Fackeln vielmehr nicht, sondern das. Alles klar. Bitte auf den richtigen Stapel, sonst werdet los. Hanging Gardens. Welchen habe ich jetzt? Temple of Artemis. Die Hanging Gardens haben wir hier. So, und... Zapp. Juhu. Fein. So, Temple of Artemis. Hui. Ja, da war doch mal eine erfolgreiche Folge. Oh, ja. Nach dem ganzen Dilemma, etc., was vor... Ja, natürlich. Es explodiert nicht. Die ganzen Dilemma, was vorher war, mit Sterben und hin und her, haben wir es auch gepackt. Wir sollten mal diese Pyramiden aufsuchen. Oh, ja. Was ist aber immer diese Lücke drin? Na? Fände ich cool. Und ich glaube, ja, das wird so nicht reichen. Ja, mit der Wolle, das ist ein bisschen doof, dass man die wirklich nur so sporadisch mal irgendwo findet und es eigentlich gar nicht um die... Oh Gott, der Typ nervt. Ixion. Du bist tot, Ixion. Sieh es endlich ein. Ich kann es nicht akzeptieren. Nein, er ist einfach gefangen in seiner Welt. Ist in der Matrix hängen geblieben. Genau. Ja. Ich finde... Oh, 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 oh. Weil Peter mich ja das letzte Mal so ein bisschen veräppelt hat. Er hat ja in der Endertruhe, hat er ja all seine Geheimnisse drin. Wie zum Beispiel Unmengen an Gold und Unmengen an Diamanten. Und das hat er ja vor mir versteckt. Das habe ich aber in der Aufnahme von ihm gesehen. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was? Du kannst mich mal... Ich verstecke mein Kram in meiner Endertruhe. Das hast du davon. Ja. Das Einzige, was in meiner Endertruhe ist, ist eine Diamantspitzhacke, ein Eisen und eine Pilzsuppe und ein Skelettschel. Die alle sind nämlich wieder zurück in der normalen Kiste. Ja. Nein, ich habe das jetzt... Ich habe jetzt nur mal hier ein bisschen Platz für mich geschaffen. Das tut man logischerweise auch wieder alles in die normale Kiste. Ist klar. Wir teilen das schon. Nicht wahr? Ja. Sollen wir mal, begleitend von der schönen Musik, die Peter gerade ausgesucht hat, sollen wir diese Aufnahme mal beenden und uns vornehmen, in der nächsten dann mal endlich die Pyramiden zu besuchen? Ja, könnte man machen. Ja, dann würde ich doch sagen, das passt ja auch zeitlich, weil ich glaube, die letzte war ein bisschen lang, ziemlich lang und dann können wir das hier wieder abziehen und dann sind wir doch passend wieder. Schön, die Melodie. Schön. Ist das nicht Cat? Ja. Ja, genau. Wusste ich es doch. Ja, dann... Genau. Bis... Hup. 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 Ja, gehen wir zu den Disco-Rhythmen. Raus ist der Folge. Ich würde sagen, tschüssi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, guck mal, er kann jovelieren. Ciao. retrouvero. Ich würde sagen, tschüssi. Tschüssi.